Die Siegerinnen der French Open Die Siegerinnen der French Open, die Gewinner des Jahres 2018, heißt Simona Halep. In der Vergangenheit konnten sich einige der besten Spielerinnen der Welt in die Siegerliste von Roland Garros eintragen. Die beste Deutsche steht allerdings nur auf Platz 2. Punkt. Die Siegerinnen der French Open in der Übersicht, ein Sieg, Simona Halep, 2018, Finalsieg gegen Sloan Stevens, 3-6, 6-4, 6-1, ein Sieg, Jelena Ostapenko, 2017, Finalsieg gegen Simona Halep, 4-6, 6-4, 6-3, ein Sieg, Anna Ivanovic, 2008, Finalsieg gegen Dina Razafina, 6-4, 6-3, ein Sieg, Hannah Mandelikova, 1981, Finalsieg gegen Silvia Hannica, 6-2, 6-4, ein Sieg, Francesca Schiavone, 2010, Finalsieg gegen Samantha Stoja, 6-4, 7-6, ein Sieg, Billy Jean King, 1972, Finalsieg gegen Yvonne Goulagon, 6-3, 6-3, ein Sieg, Gabine Muguruse, 2016, Finalsieg gegen Serena Williams, 7-5, 6-4, ein Sieg, Nancy Richey, 1968, Finalsieg gegen Anne Hayden Jones, 5-7, 6-4, 6-1, ein Sieg, Zetlana Kuznetsova, 2009, Finalsieg gegen Dina Razafina, 6-4, 6-2, ein Sieg zu Rubaka, 1976, Finalsieg gegen Renata Tomanova, 6-2, 0-6, 6-2, ein Sieg, Lina, 2011, Finalsieg gegen Francesca Schiavone, 6-4, 7-6, ein Sieg, Evon Goulagon, 1971, Finalsieg gegen Helen Gurley, 6-3, 7-5, ein Sieg, Mary Pierce, 2000, Finalsieg gegen Konjita Martinez, 6-2, 7-5, ein Sieg, Mima Jauso-Weck, 1977, Finalsieg gegen Florenta Mihai, 6-2, 6-7, 6-1, ein Sieg, Anastasia Misdina, 2004, Finalsieg gegen Elena de Mendoza, 6-1, 6-2, ein Sieg, Virginia Rugyucci, 1978, Finalsieg gegen Mima Jauso-Weck, 6-2, 6-2, ein Sieg, Jennifer Capriati, 2001, Finalsieg gegen Kim Kleisters, 1-6, 6-4, 12-10, ein Sieg, Iva Maioli, 1997, Finalsieg gegen Martina Hingis, 6-4, 6-2, zwei Siege, Maria Scherepova, 2012, 2014, Finalsiege 2012 gegen Sarah Erani, 6-3, 6-2, 2014 gegen Simona Halep, 6-4, 6-7, 6-4, zwei Siege, Martina Navratilova, 1982, 1984, Finalsiege 1982 gegen Andrea Jäger, 7-6, 6-1, 1984 gegen Chris Evert, 6-3, 6-1, drei Siege, Serena Williams, 2002, 2013, 2015, Finalsiege 2002 gegen Venus Williams, 7-5, 6-3, 2013 gegen Maria Scherepova, 6-4, 6-4, 2015 gegen Lucy Safarova, 6-3, 6-7, 6-2, drei Siege, Margaret Court, 1969, 1970, 1973, Finalsiege 1969 gegen Anne Hayden Jones, 6-1, 4-6, 6-3, 1970 gegen Helga Mießen, 6-2, 6-4, 1973 gegen Chris Evert, 6-7, 7-6, 6-4, drei Siege, Monika Seeles, 1990, 1991, 1991, 1992, Final Siege 1990 gegen Steffi Graf, 7-6, 6-4, 1991 gegen Arantxa Sanchez Vicario, 6-3, 6-4, 1992 gegen Steffi Graf, 6-2, 3-6, 10-8, drei Siege, Arantxa Sanchez Vicario, 1989, 1994, 1998, 1998 gegen Steffi Graf, 7-6, 3-6, 7-5, 1994 gegen Mary Pierce, 6-4, 6-4, 1998 gegen Monika Seeles, 7-6, 0-6, 6-2, 4 Siege, Justine Hena, 2003, 2005, 2006, 2007, Final Siege 2003 gegen Kim Kleisters, 6-0, 6-4, 2005 gegen Mary Pierce, 6-1, 6-1, 2006 gegen Svetlana Kuznetsova, 6-4, 6-4, 2007 gegen Anna Ivanovic, 6-1, 6-2, 6 Siege, Steffi Graf, 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999, Final Siege 1987 gegen Martina Navratilova, 6-4, 4-6, 8-6, 1988 gegen Natascha Zweriver, 6-0, 6-0, 1993 gegen Mary Jo Fernandes, 4-6, 6-2, 6-4, 1995 gegen Aruantxa Sanchez Vicario, 7-5, 4-6, 6-0, 1996 gegen Aruantxa Sanchez Vicario, 6-3, 6-7, 10-8, 1999 gegen Martina Hingis, 4-6, 7-5, 6-2, 7 Siege, Chris Evert 1974, 1975, 1979, 1979, 1981, 1983, 1985, 1986, Final Siege 1974 gegen Olga Morozova, 6-1, 6-2, 1975 gegen Martina Navratilova, 2-6, 6-2, 6-1, 1979 gegen Wendy Turnbull, 6-2, 6-0, 1980 gegen Virginia Rudzicci, 6-0, 6-3, 1983 gegen Mima Jauzowek, 6-1, 6-2, 1985 gegen Martina Navratilova, 6-3, 6-7, 7-5, 1986 gegen Martina Navratilova, 2-6, 6-3, 6-3, Let's block ads, why?